hallo ich habe kein vorherfoto gemacht aber das macht ja nicht wir haben so viele bilder von dir mit allen möglichen frisuren und du bist die einzige die kurze fetzige frisur haben möchte und deshalb finde ich dich als positive beispiel dass man sich auch trauen sollte solche schöne schulterlage über gerade über die schulter open braids oder raster zu tragen mir gefällt das dir auch ja sag mal von hinten maximal nach hinten so sieht es aus schön kannst du offen tragen kannst sie zusammen machen also sehr praktisch pflegeleicht finde ich habe viel spaß und danke danke schön so 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 so